Glücklich sein werden. Ja. Ich hab's jetzt die Kapitel Gläser. Oh, man. Fickt euch doch ins Knie. Äh, okay, Back to the Nature hat aber, glaub ich, gar kein Ende. Nein, nur mal ist am Rande. Das ist endlos. Äh, ja. Da war wahrscheinlich kein Platz mehr auf so 470 MB. Oder 640 MB CD-ROM. Ja, CD-ROM, ihr habt richtig gehört. Okay. Schon reif, cool. Finde ich jetzt aber nice. Ach, jetzt kann ich noch voll ins Runde, alter. Danke. Äh, 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 äh. So. Äh, schön, die sind richtig reif sind. Halten, äh, jetzt ist recht pflegeleicht. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ist ja wohl ein Schubstilzrocker aus hier, ne? Gut Auffüllen Das noch mitnehmen Also dann rein zum Kühlein Oh Junge Ihr kleinen Fressmaschinen Abflug So Dankeschön Schön dass wir ein bisschen Content noch kommen Freut mich gerade Abflug Ah Sterni war es Okay Jetzt schmeiß den scheiß auch da nein Was haben wir noch umdrehen So Sonst noch irgendwer Nein Perfekt Eigentlich mal der Tod Ja wir sagen Geh einfach fort So Auch gleich nochmal auffüllen Ich will kein Mecker hier entschädt Ey ich hab nichts im Essen bekommen Achso ich hab das Fisch Pure Stresster Wetter Was gucke ich eigentlich da Gott bin ich lost Ich wollte doch eigentlich Dings gucken Kalender Das ist von 18 bis 20 Uhr Feuerwehrfestival am Strand Ich wünsche mir dass sich Kaby mehr Baki mehr für den Hof interessiert Das ist von 18 bis 20 Uhr Feuerwehrfestival am Strand Ein Luder Ein Luder So Dann kann ich einfach jetzt mal arbeiten Wenn das möglich Oh ne bin ich nett zu werden Ich muss gleich mit den Tieren Nein Geploppt nur, ne? Ihr wisst es So Kann ich alles werfen, wenn ich nachgewachsen bin Wir haben wir jetzt im nächsten Tag nochmal gehandelt Das soll zu passen Oh Ich schäuche das Schaf ab Ne Frag dann Warum ich denn keine Schafe hab? wir sind Arbeit schneller, du faules Buck Du bist so langsam, alter Mann Du werden sterben wegen dir haben wir es gleich ich habe da schon flecken raus ich bin gleich wieder da kurz ausgezogen ich bringe Tasche einfach um ach so was ja eigentlich kann man schlafen gehen schon wieder aber es ist das Festival heute ich überlege gerade halt echt hart ob man die Tage nicht abkürzen aber die haben halt nimmer wirklich was zu tun klar halt sagen wow ist natürlich auch noch crying out mal hier ja dann haben wir auch beschäftigt zu sein ja ja so eine kleine raddich mit da drin ja morgens wenn abwechslung das was man fast vergessen läuft noch rum gefällt mir nicht bleibschluss 13 und sparen aber ich schaffte nein noch ein mädel kommt alle rein mal beschweren guck das funktioniert die hörner die haben eine AI hintergelegt muss ich ganz genau wissen hey ich hab was gesagt du musst die Fresse halten sonst kommen die nie wieder raus raus da schaff´s Ja, plaudern. Hopp, lass knacken. Rissalfisch mal gleich raus. Ja, schlaf, nachholen, funktioniert wirklich. Ja, eine Statue, schön, haupt schön Keks. Stahl, möglichst was wert. So. Oh. Reißverschluss. Brune rechts wir mal auch noch. Ich muss mal gucken, ob man irgendwas finden kann. Ich würde halt schon noch das eine Relikt, jetzt finde ich eine Rune, das war cool. Aber, ja, beim Zeitpunkt-Fahrrad, wisst ihr ja. Oh Leute, schreibst du? Bist du bereit, euch gleich? Boah. Ja, ich habe schon Kaffee getrunken. Statue, yeah. Ja, los, klitsch dich vorbei. Hopp, schön. So, müssen wir das mal scheiß verziehen. Bitte eine Statue. Äh, goldene Gegenteile meine ich. Jetzt mach. Ich bin ein goldenen Thunfisch. So, und jetzt? Ich weiß nicht, ob Bruder fossil sein könnte. Nö, bis jetzt nicht. Müsst ihr mal nachschauen. Also die Rune meine ich, fossile sind sie. Ja, das ist so ein Ding auch. Ja, das ist so ein Ding auch. Na, da, da, da. Oh man, ich kann den Bruder machen. Ich kann den Bruder machen. was für ein lag das lag des youtubers statue statue am herzen haben wir die hälfte der zeit rum draußen 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 mein lieber schau dir was ist das denn das könnte ein schluss zur alten situation ja dürfte ich es dir für das erste abnehmen nein nein ich meine ich habe Geld dafür ich habe begonnen die hinschrift darauf zu erzählen die worte unser volk muss es um jeden preis bewahren sind der alten sparen auf der tafel einkamiert aber ich kenne die herausforderung kaum wieder stehen auf jeden fall für mich dafür dass ich dich aufgehalten habe ich hoffe wir können weiterhin auf den tag erzählen ein kannst du das aha verstehe das ich weiß also wir sind heute sind es nachzubilden uns haben die schenke am geöffnet und du hast mit ansehen wie wir geschichten erschienen werden ich muss auch jemanden anderen bitten uns bei diesem unterfang zu unterstützen Nein. Nette verrückte Tag. Oh nein, netten. Oh, okay. Surprised, motherfucker. Und dann hat er sie verscheut. Ich habe ihm dafür, dass alles in Lechnung geschaut ist. Dreckige Nullendun. Aber dann hat er mich um Hilfe zu bitten. Da bin ich halt so. Na, was habt ihr? Ich koste 500 hier in die Stunde. Aller sind davon aufgesetzt. Nein, danke für den Kommen. Damit sollte er unsere Vorbereitung abgeschlossen sein. Ich nehme zunächst die Zutaten Kreis Dreieck Quadrat. Oh, der glaubt, das ist ein Rezept, die fascht aus. Man gebe es. Es ist so dann in ein tiefes Schiff. Es verhitze sie, bis der Schatten, der schon nur so lange wie ein kleiner Finger geworden ist. Es hat so 30 Minuten. Die Gemüsesuppe. Wunderbar. Es ist gut durch. Dann geht durch deine Turm. Warte ab, bis die Mitte abgekühlt ist. Ja, dann müssen wir wohl warten. Man gebe schließlich acht, sich nicht die Zunge zu verbrennen. Das ist unsere Tradition. Das ist unsere Tradition. Das ist ein weitergegeben von Generation zu Generation. Das ist ein Geheimnis, der seine Geschmack ist stets zu hüten. Unser Volk. Unser Volk. Unser Volk. Ich muss es um jeden Bereich bewahren. Kader, du hast mich komisch angehört. Das ist... Oh nein, heute ist noch das Scheiß-Festival. Einfach nur ein schick normales Curly, du dummer Vollidiot. Du darfst immer den sehr verschwindeten Bastik. Also, keiner. Die Wiking-Ovis hat dir so ein Zeug von einem Mubel, den in der Dekko gezählt. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was das wohl sein könnte. Hat kein Zeug verjagt. Das ist ein verdienter Scheiß-Gräb. Ihr Scheiß-Dreck. Du Vollidiot. Na, beim Kochen leidet sich um die Partik ein Kiegel-Simulation. Zeitalter und Völker ändern sich. Und unser Rezeptetung ist ihnen gleich. Ah, da muss ich drück auf den Darm. Der sollte ein gewissen Flieger in der Region spätigen, durch die Zutaten geschickt zur Geltung bringen, die sie vor Ort finden lassen. Na, und kann dazu tatsächlich ein Schlüssel zur Welt unserer Voraufahnen scheinen. Wir könnten ein Beispielweise erfaschen... Äh... Beispielsweise erfaschen, welches Klima für das Kochen in oralter Zeit nötig war. Und möglicherweise sogar einen Blick auf religiöse Rieden und Diversionen oder gar auf deren Kultur als Ganzes. Wir haben alle schon sehr erhellend, will ich meinen. Der Tag zufolge wurde zur Zeit von der Aktion zu der Nation weitergegeben. Darauf aufbauend können wir also annehmen, dass... Und Professor? Ich glaube, das Curry wird kalt. Ja, in der Zeit. Eine völlig kiekige Beobachtung, Flora. Wir sollten diesmal umgehen zu uns nehmen. Und das war's. Und das war's. Hä? Hallo Pokémon, verleten Sie das Gefühl? Hä? Das ist der komische Kerlgesicht, der hier neuerdings worum hängt. Ich sag dir, wenn der etwas ansteht, dann können wir es erleben. Ziemlich heiß, nicht? Temperaturen der Ausgrabung steht da? Achso, ja. Das ist wirklich eine Heimat. Heiß, aber wir haben alles jetzt. Ah, das hat sich mit der ganzen Arsch aufgewissen für einen fucking Curry. Na gut. Die ganzen Ausgrabungen, das ganze Forschen, rumbuddeln. Den X-Knopf vergewaltigen für einen Curry. Ah. Ich meine Handvoll Curry. Ah, ich muss kurz rein. Ah. 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 Ah, da. Ah. Ah, da. Hallo? Dann tun wir morgen das ganze Milchzeug vor, aber dann kann man gleich beim Van in die Hand drücken. Ja, einer erfüllt, das dachte ich mir aber gerade schon. Gut. So, kurz einlagern. Ach, noch nix jetzt. Ich sehe was da. Aha. Ab raus. Ach, meine kleinen Milchkühe. Was haben wir denn? Kein Wüpp, Wüpp. Ich wollte es mal noch anquatschen. Schläft auch recht. Na, mal schön. Guckt, wirkt wahre Wunder. Gut, dann rein mit euch. Ja, nervt nicht. Fein. Genau, sie wendt triggern. Lalalalalala. Hey, bockee. Das Feuerwerk, gleich wie beginnt heute die Stadt. Ja, ich will grün, warum hier ist. Ja, du ist, weil die Leute immer darum bitten, uns zu abonnieren. Die kommt doch auch. Die wollen alle noch saufen. Ohne jünger Hüpfer. Ah, ganz richtig, das sind zwei alte Schachteln. Prima, so jetzt heißt ich aber abmarsch uns. Wow, Barky ist mit am Start. Also ganz viel mit dem Schlepptau, was? Bin jetzt immer gut, äh, Zuschauer zu haben. Und einfach, mach mir ja die Show. Ah, mal gucken, was wir uns wünschen, dieses Jahr. Alles klar, Leute, gleich geht's los. Alles schön nach oben schauen. So, yay, jetzt geht's auch Schluss. Ah, alle kommentaren, da. Ja, letztlich auch schon was anderes gesagt, du Pimmelbirne, oder was? Ich bin schon verpisst, ne, bist du auch gar nicht gekommen. Bestimmt, ihr wollt, ich freue mich immer so darauf, die Feste mit euch dreien zu besuchen. Ich hoffe, dass wir uns hier alle zusammen das Feuer mal anziehen können. Ja. Keine Sternschnuppe mehr. Wir können uns so nicht mehr manipulieren. Nein, er ist nicht in love mit uns. Wieso? Ich muss ja morgen früh gleich was Messer schenken. Und eine Blume. Blöde Bastard. So eine Scheiße. Äh, okay. Wir nehmen dich jetzt auch. Gehen schlafen und... Wir setzen jetzt im Kater. Wir sehen uns nächste Mal bei SoC is a wonderful life. Oder Sekadam. Das war mir nicht mal die Spiele anzulaufen. Und bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Tschüss. Na, ich habe gerade auf Stop gedrückt. Dann passiert das. Na Gott, halt. Es war schon alles. Es ist vor allem ges... Schöner ist alles. Wollen wir gesündigen Begegnungen aus dem Abend. Ich meine, deine Tränen in der Kumus auch gesehen zu haben. Als Bucky sagt er es auch zu uns von mir gehört. Alle in der Gedanke darin sind mir das jetzt. Okay, nichts Wichtiges. Tschau. Tschau. Tschau.